Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jürgen Joos. Bitte am Leiste 2 einsteigen. Türen schließen selbstständig. Vorsichtig bei der Abfahrt. Danke, Jürgen. Jürgen, Jürgen, Jürgen. Hast du eigentlich ein Zimmer, Anna? Natürlich habe ich ein Zimmer. Und wo? Warte mal. Hier, das ist die Adresse. Meine Tasche. Meine Tasche ist weg. Tschüss, Rose. Anna. Ich heiße Anna. Anna. Können Sie mir sagen, wo ein Schloss wird? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Um Gottes Willen! Was ist? Nehmen Sie das Zimmer! Nein! Unmöglich! Ja, bitte? Ich suche ein Zimmer! Du hast noch kein Zimmer? Nein! Tut mir leid, wir haben kein Zimmer mehr! Was? Ihr habt kein Zimmer mehr? Tut mir leid, nein! Oh je, oh je! Was mache ich denn jetzt? Hallo Anna! Jürgen, ich habe kein Zimmer! Das? Du hast kein Zimmer? Aber du hast doch gesagt… Das Zimmer ist unmöglich! Es ist klein und laut! Du! Ich habe eine Idee! Komm! Das ist mein Zimmer! Ph Tu? Du hast es auch Meerealtung! Petersin Arbeitετεierungen und Untertitelung nehmen für Conseil, Also schau her, wenn ich das jetzt runtergebe, auf Stacked, ausführen und fertig drückt, ändert sich der Kraft. Und wenn ich jetzt auf Selektieren drücke, dann... Das lässt du lieber, weil sonst wird ein Mischmusch. Schau her, ich will jetzt mal die Kraft. Hallo. 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 Das ist Anna. Hallo, ich heiße Sabine. Ich heiße Thomas. Anna hat kein Zimmer. Du hast kein Zimmer, Anna? Nein. Komm. Kannst du noch was im Kühlschrank? Ja, klar. Das Bett ist noch frei. Das Bett ist noch frei? Ja. Danke, Sabine. Komm. Herzlich willkommen in Freiburg, Anna. Ichals. Ich hebe. Ich hebe. Ich hebe. Hier. Hier, die Wohnung sehen wir uns an. Nein, Anna, die ist doch zu teuer. Aber die hier, die sehen wir uns an, Sabine. Nee, die Wohnung ist zu klein. Schade, schon wieder nichts. Tja, schade. Wohin gehst du, Jürgen? Ich muss mal einkaufen. Dann geh ich nach Hause. Kommt ihr mit? Klar, komm mal auch mit. Wie ist denn, Frau Dekka? Wie ist denn, Frau König? So, Herr Nuss, was möchten Sie gern? Eine kleine Dose Mehl. Ein Augenblick. Tag, Frau Becker. Ich habe eine Wohnung frei. Sagen Sie, wohin kann ich den Zettel hängen? Da, neben die Tür, an die Wand. Danke, Frau Becker. Ich brauche heute nichts. Kann ich es anschreiben lassen? Auf Wiedersehen, Frau Becker. Auf Wiedersehen. Eine kleine Wohnung an Studentinnen zu vermieten. Erwin Fischer, Moorgasse 6. Telefon 587631. Jürgen, schau mal. Moorgasse 6? Du, das ist gleich um die Ecke. Wir müssen sofort hin. Kommt. So. Das ist es. Schau mal, der ist komisch. Der dort ist noch komischer. Ich warte lieber draußen. Viel Glück. Danke. Tschüss, Jürgen. Bis gleich. Hallo? Guten Tag. Mein Name ist Anna Siebert und das ist meine Freundin Sabine Ballner. Sie vermieten eine Wohnung? Ja, wir vermieten die kleine Wohnung hier oben. Wollen Sie sie sehen? Ja, wenn das geht. Gerne. Augenblick, ich komme. Dann kommen Sie doch bitte rein. Ach, bitte. Erwin! 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 diese Studentinnen interessieren sich für die kleine Wohnung. Ah, ja, schön. Kommen Sie. Bitte, meine Damen. So, meine... Stellen Sie Ihre Taschen doch einfach hier ab. So, meine Damen. Das ist das große Zimmer. Ja. Das ist das große Zimmer. Nicht schlecht. Was meinst du, Anna? Hm. Der Raum ist sehr groß. Mir gefällt er. Das ist das Bad mit WC. Ja, das ist das Bad mit WC. Ja, sehr schön. Gut, gehen wir weiter. Und das ist die Küche. Oh, die ist aber klein. Finden Sie? Hier in die Ecke können Sie noch einen Esstisch stellen. Wohin? Ja, in die Ecke. Ja, das geht. Dieses Zimmer ist kleiner. Oh, der Raum gefällt mir. Er ist kleiner als der Erste, aber er ist sehr gemütlich. Hier die schöne Tapete und der rote Teppich. Das gefällt mir. Nur, wo ist das Bett? Natürlich gibt es ein Bett. Ein Schrankbett. Hier. Sie können es einfach herunterklappen. Ja, das funktioniert ganz einfach. Das ist sehr praktisch. Sie müssen es langsam herunterlassen. Sehen Sie, das geht so. Das ist sehr praktisch. Ich finde dieses Zimmer am schönsten. Du konntest das große Zimmer haben, Sabine. Ja? Ja, mir gefällt das kleine. Schau, hier in die Mitte kommt der Schreibtisch. Wie viel kostet die Wohnung denn, Herr Fischer? 600 Mark. Mit Heizung. Das ist nicht zu teuer. Ja, das stimmt. Das sind für dich 300 Mark und für mich 300 Mark. Das geht. Was meinst du, Anna? Nehmen wir die Wohnung? Ja, natürlich. Sie gefällt mir und sie ist nicht zu teuer. Gut, dann nehmen wir sie. Wie schön. Wir haben eine Wohnung, Jürgen. Prima. Wie fällt es dir euch? Ja, sehr. Sie ist kleiner als deine, aber sehr gemütlich. Toll. Das müssen wir feiern.